Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Wir haben das letzte Mal einen Weg durch einen Tempel gefunden, der wahrscheinlich ein bisschen verfälscht war oder absichtlich in die falsche Richtung lotten sollte. Und jetzt kommen wir zu dem Tempel. Was, was, was? Warte, 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 warte. Ich konnte irgendeinen Sprung machen. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Komm mal. Jetzt fressen wir schon die Krokodile oder was der Geier. Schon schon an Geimals. Aus Pelion Post. Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum schlägt man so hektisch? Dr. Dominik Zeit ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja접angt, Privöge mein Liefer Ferrari. Dr. Dominguez ist hier in Peru. Das stimmt wahrscheinlich am Schluss eben. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchausrüstung oder so? Besser. Eine gute Unterwasserung. Aua! Zentralige Dockstation. Operation einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Wir sind 5 Volt. Das ist abwärts. Signal ist stark. Ich gebe Bescheid, falls sie was finden. Aus. Oh fuck you. Oh oh. Oh, warum ist die auch raus? Niemand hier. Hier ist nur ein Fisch. Na unter der Planke ist er bestimmt mal. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Ich kann dich sehen. Das reicht schon. Ich könnte jetzt natürlich rechts rum gehen, aber ich weiß ganz genau, dann dreht er sich irgendwie das Arschloch. Komm raus, du feige Ratte. Komm raus, du feige Ratte. Komm raus, du feige Ratte. Das ist doch ein Fisch, Alter. Komm raus, du feige Ratte. Komm raus, du feige Ratte. Komm raus, du feige Ratte. Ey, warum dreht er sich jetzt immer so oft um? Das ist doch KI gesteuert, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, ich weiß mittlerweile, dass man da nicht mal ganz oben sein muss. Ich dachte man muss oben am Rand sein. Komm ins Wasser, ich bring eine Meerjungfrau. Eine böse Meerjungfrau, aber eine Meerjungfrau. Nein, du solltest nicht. Wir müssen mich jetzt verarschen. Warum klettern die immer auf? Auf Kreuzfeuer, achten. Das ist... Boah, Alter. Wisst ihr, was das Problem ist? Du tauchst mit Kreis auf. Oh. Man taucht mit Kreis auf. Das heißt, wenn man zu lange Kreis drückt, während die auftaucht, klettert sie automatisch hoch. Wie nennt man das? Ganz genau, Arschkarte. Wir müssen aufpassen. Na komm schon. Du wirst es doch auch, Mann. Oh. Ah. Alter, das war jetzt eine schwere Geburt. Was ist denn das? Ey, nimm das mit. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Als ob du das, was du jetzt dabei hast... Ja, bist du okay. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Äh, Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Dafür hab ich nicht genug Platz. Dafür hab ich nicht genug Platz. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Hat wohl nicht so gut geklappt. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was hab ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Die stellt sich immer an. Schießen sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Fall auch ich das eigentlich nicht wirklich. Liste, da sind sie Pfeile mit Überlegung. Oh ja, das brauche ich, brauche ich. Was, was? Achso, die wo weiß leuchten habe ich bloß. Herzensbrecher. Was haben wir hier? Anmut der Krähe. Erziehen sie durch falschen bessere Preise bei den Händlern. Wer vielleicht auch? Sicht der Eule. Eins mit dem Dschungel werden feine Ressourcenobjekte erleuchtet und angezeigt. Sehen sie Artefakte Monolithen? Oh. Warte, das kostet zwei. So ein Scheiß. Betrug. Was soll man hier? Upgraden. Es ist immer der Bogen, was Upgraden wird. Immer der Bogen. Verstärkt der Schaft. Noch eine Bogensehne. Bis das Händen des Bogensehens zu dem schneller spannen lässt. Finde ich auch gut. So den anderen Scheiß kann ich gar nicht machen. Okay, finde ich gut. Nahkampf. Äh, okay. Oh. So war das, da war das, so war das. Äh, ah ja, so war das. Oh. Äh. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warten sehen wir eigentlich alles ab, weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Naja, das Aufklärungsteam wird euch gar nichts mehr sagen, wenn ihr euch gerade seid. Hier ist Commander Rourke. Ist die Abregelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Komm mal her, Junge. Ich hab was mit dir vor. Okay, hat sich erledigt. War da noch einer? Rambo. Oh ja. Haben wir einen Hinweis, was passiert ist, bevor der Kontakt abgebrochen ist? Habe ich hier irgendwas zum Schmeißen? Scheinbar nicht. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Hier sind zu viele Gebäude. Beschissene Sichtlinien. Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rogue war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier ist. Der letzte Kontakt war vor fast einer Stunde. Der Commander lässt seine Leute nicht im Stich. Wenn er sagt, oben warten, hat er dafür gute Gründe. Tschüssi. Aua. Aua. Aber alter. Iiiiih. Musste sein. Das kann ich mir nicht verarschen. Aua. Okay, das Gebiet ist abgeregelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schief laufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getoppt hat. Wir können euch ruhig mal verteilen oder so, wisst ihr das? Ich könnte jetzt... Soll ich es da nübe? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Grabraub. Grabraub. Werner würde sagen, wir haben es verdient. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden und es war was anderes. Aber ich muss ja bloß gedrückt halten. Hoppala. Ich glaube ich drehe durch. Kommt vor. Mann am Boden. Wir erleiden Verluste. Sie können nicht weit sein. Ach komm, Ladies. Haltet euch doch mal auf. Genau so meint das. Uhuhuhuhu. Keiner hier. Sehen wir uns mal um. Sie sitzt in der Falle. Willst du mich verarschen? Du wirst rein gar nicht ändern, das ist dir klar, oder? Ich werde genug ändern. Ich werde dein Leben ändern, Alter. Scheiße. Ich habe für wieder zu viel geplant. Und was war am Schluss? Ein scheiß Plan. Ja. Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuregeln. Willst du das überprüfen? Ja. Ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh. Jaja, hauptsächlich über die Stahltür. Geronimo! Ähm. Warum hat sie sich jetzt nicht festgehalten? Hä? Okay, das lassen wir mal so stehen. Jetzt müsste ich mich selber an die unnötigsten Stellen. Abzahlen. Und tschüss. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Äh. Was? Oh Gott, nicht schon wieder irgendwelche Viecher, Alter. Bestimmt wieder Unsterbliche oder so ein Scheiß. Was ist das denn das? Ist das ein Bohrer? Das schaut aus wie ein Bohrer. Uh. Meins. An, Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwagyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Mich würde mal interessieren, wie viele Pfeifen die schon verloren haben bei der Erkundung von so Greifern. Ich meine, die gehen jetzt wirklich zimmerlich vor, aber... Warte, 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 warte. Wisschen aufpassen hier. Achso, ja, Eingeborene, ne? Stimmt, 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 stimmt. Das Mal sind es, glaube ich, gar keine mystische Wesen, sondern Eingeborene. Äh. Okay. Aua. Ah. Hallo. Oh. Oh oh. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Ist hier alles voller Öl? Achso, ja, die haben irgendwas mit dem Bildbohrton gemeint, ne? Wow. Ich brauche passende Symbole. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. Ixchel ist links. Chakchel ist rechts. Jetzt meldet sich der andere, stimmt's? Doch nicht. Aha, aha, aha. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Ist das dasselbe? Nee. Wer soll das Chakchel? Ah, warte, hier. Äh. Wie drehe ich das oben? Oh, was ist das? Nix. Scheiße. Ähm. Geht es dann da auch wohin? Tatsächlich. Okay. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Was sagt die andere Seite? Alter, hier muss doch kochen heiß sein. Oh. Hä? Die Symbole müssen passen. Ich dachte, das war so klar. So schnell. Und jetzt? Was? Oh. Cool. Ach, halt die Fresse. Wo kommen jetzt die drei her? Warte mal, wir haben da... Ja. Warte mal, da ist dreimal das Zeichen und... Hä? Okay. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann. Noch eine Tür? No, fuck. Das kann nicht alles sein. Jetzt brauchen wir das linke, könnte das sein? Ja, aber hä? Ich hab doch keine... Verdammte Scheiße, jetzt sind da vier? Wollt ihr mich verarschen? Ja, da würden noch die Symbole. Hä? Ach so, warte, ich brauch jetzt... Eins... Ah, shit. Shit, ich brauch das dritte Symbol. Ah, das dritte ist die 3, ey. Scheiße, was war jetzt das eine? Der Strich. Wir gehen auf den Strich. Wir gehen auf den Strich. Wir gehen auf den Strich. Und fertig. Oben der 4er mit Strich. Eins... Drei... Null. Und da ist es die 3 und dreimal diese komische Tasse, oder was weiß ich. Jetzt müsste es passen. Hau rein, Lara! Oh, ja. Hey, Jonah. Geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich hab hier zwei Daten. Und X Chell. Das linke Datum kenn ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Und das植 känns.